Hallo ihr Lieben, ich hab mir gedacht, da ich nur wieder Videos mache. Was ist denn so passiert, während ich weg war? Ihr habt richtig verstanden, die komische Trulla mit den pinken Haaren ist wieder da. Aber das ist nicht mal das Schlimmste. Am schlimmsten ist dieser hässliche Titel. Mach da hinter dem Bindestrich eine Lücke wie vor dem Bindestrich oder lass beide weg und schreib das B in deinem Namen gefälligst groß zu grammatikalisch inkorrekter Arsch. Denn sie ist nichts anderes im Musikvideo, wenn man das Musik nennen kann, als ihr eigener Arsch. Sie macht nichts anderes in diesem Scheißvideo, wo die Stimme, die singt, so unglaublich nervig ist, als mit ihrem Arsch zu wackeln und zu denken, sie wäre die britische Lexi Rocks. Aber der Sonder, die kommt doch aus Afrika. Sie ist aber nach London ausgewandert, weil sie in ihrem Stamm als Hexe angesehen wurde, wegen ihrem pinken Haaren. Hey, Jörner! Servus. Moment mal. Ja. Ja. Das sind dieselben. Ja bitte färb dein Haar wieder braun, das sieht ja wenigstens nicht ganz so gruselig aus. Eigentlich passt der Titel ja auch irgendwo zu meiner Lage auf YouTube. Schließlich bin ich ja auch wieder da. Aber ich muss sagen, dass ich die Stimme am Ende gar nicht mal so schlecht finde und sogar recht angenehm finde. Was ist denn sonst noch passiert, als ich weg war? Ja, die gute Kelly verkauft jetzt auch ein paar Nacktbilder von sich auf OnlyFan. OnlyFan? Fan? Only, Only, OnlyFan? Das kommt mir doch bekannt vor. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020